Willkommen zurück zu SimCityBuilded. In der letzten Folge haben wir hier das Grüntal freigeschaltet. Ich habe auch schon einiges weiter gebaut und habe es direkt darauf versaut. Ja, keine Bio-Lebensmittel. Wir müssen hier einen Biomarkt bauen. Ich würde aber gerne den Luxus-Biomarkt bauen, da wenn man den hier hinstellt, da bringt er halt sehr, sehr viel. Ich hätte genügend Münzen für den normalen Biomarkt. Also ich habe 1429 Blatze Mullions. Die habe ich überwiegend durch die Exportzentrale bekommen und halt auch durch Häuser bauen. Ja, dazu haben wir noch Level 30 erreicht. Das heißt, wir haben jetzt unter anderem eine neue Fabrik. Die werden wir auch gleich bauen. Und wir haben auch jetzt die Omega Häuser freigeschaltet. Dazu gehören halt nicht nur die Häuser, sondern auch die Neo Simoleons hier oben. Und klicken wir hier mal drauf. Große Eröffnung der Neo Shops. Bürgermeister, die Neo Shops sind nun geöffnet. Wir haben ihnen 5000 Neo Simoleons für seltene Objekte geschenkt. Gut, wir haben schon mal 5000 Neo Simoleons. Jetzt können wir das hier alles kaufen. Aktualisierung in sechs Stunden. Okay. Städte von morgen. Sie brauchen mehr Neo Simoleons. Omega Corporation ist der Konzern für all die ihre Neo Bedürfnisse. Bauen sie Omega Häuser. Ja, das heißt, wir müssen jetzt Omega Häuser auch noch bauen. Und die brauchen noch einige Menge, äh, eine riesige Menge an Sachen. Aber bauen wir erstmal hier eine Omega Zone hin. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Da haben wir schon direkt das erste Problem. Ähm, Control Net. Bürgermeister, das Omega Haus ist echt eine fantastische, automatisierte Innovation. Aber es braucht Control Net, um zu funktionieren. Bitte bauen Sie einen Control Net Turm. Ja, da bauen wir einfach den kleinen, weil der gratis ist. Und kann man noch einen bauen? Nein, leider nicht. Noch dazu müssen wir... Ah, dazu brauchen wir erstmal das Omega Labor. Also gehen wir mal zur Verwaltung. Da ist jetzt nämlich auch ganz viel freigeschalten worden. Zum Beispiel die Neon Bank. Und das stelle ich gleich noch mal um. Ich stelle es mal nur kurz hier hin. Bürgermeister, Sie können jetzt Neo Simoleons einsammeln. 100 Stück direkt. Na, das ist doch schön. Das ist halt so ähnlich wie hier, wie das Rathaus. Ich frage mich, was alle diese Sachen sind. Ähm, die kriegt man wahrscheinlich hier. Da. Omega Forschungszentrum. Kriegen wir zwei Stück. Die können wir sogar hier hin platzieren. Gut. Das ist sehr gut. Ah, okay. Omega Labor. Haben wir jetzt auch zehn Stück. Bauen wir erstmal eins. Dies ist die streng geheime Einrichtung, in der Wissenschaftler Omega Objekte aus Omega Material herstellen. Omega 3. Drei Omega Objekte und sechs andere Objekte. Okay. Achtung. Aufgrund von Instabilität des Omega Materials ist die Verarbeitung experimentell. Verarbeitungszeit und Größe des Omega Materials können variieren. Okay. Das dauert jetzt eine ganz lange Zeit. Aber okay. Drei, zwei, eins. Das geht wesentlich schneller. Einsammeln. Okay. Ähm. Das bringt also eine ganz schöne Menge. Okay. Wir brauchen also noch mehr Omega Labore. Aber die kosten auch wieder Geld. Und wir haben auch ein Omega Lager. Stell dich nach der Folge einfach alles um. Ah, da wird das alles gespeichert. Okay. Ah, jetzt haben wir die Drohnen freigeschaltet. Hier haben wir eine kleine Drohnenbasis. Stellen wir die einfach mal hier hin. Jetzt haben wir hier diese kleine Maus. Wir können damit das Haus verbessern. Schön. So, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ist ein neuer Pass da. Der siebte Pass. Ich habe auch direkt schon einige Punkte geholt. Hier 20.290. Innerhalb von zwei Tagen. Ich bin damit momentan auf dem ersten Platz. 7.000 vor dem zweiten. Und wir haben hier noch einige Aufgaben, die ich alle nicht wirklich machen kann. Ich kann zwar eine Katastrophe auslösen. Hier. Aber ich würde halt gerne hier auf Erdbeben 3 warten. Und das habe ich halt noch nicht. Deshalb kann ich das noch erstmal nicht machen. Und ja, muss dann erstmal warten. So, eine Nanotech Fabrik haben wir hier noch. Kostet auch eine Menge Geld. Und hier können wir es verbessern. Wir können das Haus direkt nochmal verbessern. Ich weiß nicht, wie weit wir es verbessern können. Wir bekommen auch hier die rosanen Punkte. Wir haben hier schon einiges. Ich würde sagen, das sammeln wir mal ein. Vor allem die Stadtlagerobjekte kann ich gut gebrauchen. Und ja, ich kann das jetzt erhöhen. Dann haben wir hier im Pass auch noch einiges. Ich habe schließlich ganz schön viele Punkte geholt. Hier haben wir einmal den Bananenstand. Hier haben wir die Expansionsbereich Objekte. Drei Stück. Und hier haben wir eine Güterbox. Ah, und da sind einige Sachen drin, um den Kraken anzugreifen. Den kann ich übrigens auch nicht angreifen. Der kommt erst in einem Tag. Ich mag also lange, nachdem ich dieses Video aufgenommen habe. Kapazität maximal 8000. Ich kann maximal 8000 Neo Simoleons haben, oder wie? Ah, und ich brauche die Neo-Sachen, Objekte, Omega-Objekte, um das zu machen. So, das haben wir mit mir ein. Die anderen beiden Sachen noch nicht. Die brauchen wir nämlich noch hier für die eine Aufgabe. Da fehlen halt noch ein bisschen Sachen hier bei den Donuts und bei den Mützen. Beim Donut brauche ich noch einmal Gewürze und Mehl. Und hier brauche ich noch mehr Stoff. Ich würde sagen, kaufen wir mal was. Was könnten wir gebrauchen? Ähm, Rasenmäher. Wozu kann ich ein Rasenmäher gebrauchen? Ach, stimmt ja. Den habe ich auch noch freigeschaltet bei Level 30. Ähm, hier die Bohrmaschine und den Rasenmäher. Aber ein Rasenmäher ist ein bisschen wertlos dafür. Ich würde mir vielleicht die Lama-Marken holen. Eine. Eine Lama-Marke holen wir uns. Das andere kann ich nicht wirklich gebrauchen. Auch dazu haben wir jetzt auch noch die Wahrzeichen freigeschaltet. Also eine ganze Menge haben wir jetzt. So, 80.000 fürs Wahrzeichen. Schiefer Turm zu teuer. Brandenburger Tor zu teuer. Empire State Building alles zu teuer. Ja. Das könnte ich mir holen. Das auch. Ich warte erstmal. Okay, wir haben doch hier eine ganze Menge. Omega Turm. 12x12 und 20% nur. Das ist aber ein bisschen schlecht. Dafür brauchen wir Level 40. mal kurz rein gucken. So. Jetzt hätte ich eigentlich nichts mehr zu zeigen. Ich meine, wir können hier noch mal kurz reingucken, Strandbereich erweitern, Flossensimoleons. Strandbereich? Nein. Und dann gehen wir mal kurz in den Frostfjord rüber, aber ich glaube, da können wir auch nichts mehr verdienen. Nein, ein Tag 6 Stunden. Ich sammle übrigens hier gerade die Simoleons zusammen, also die regionalen Simoleons. Wir haben hier nämlich noch das regionale Stadtlager, was 20 Lagerplätze bringt. Und das kostet halt 5000 Simoleons. Und das habe ich halt noch nicht. Dafür sammle ich jetzt. Nein, danke. Stadtlager voll. Hier haben wir übrigens auch die Öko-Schuh freigeschaltet und im Frostfjord die Fischsuppe. Alles mit Level 30. So. Ja, war eigentlich eine ziemlich schnelle Folge. Also es hat sich ziemlich schnell angefühlt. 14 Minuten sind schon vorbei. Das ist eine etwas kürzere Folge. Ich werde natürlich hier weiter Punkte holen, um erster zu bleiben. Aber ich glaube nicht, dass ich davon noch was aufnehmen werde. Ich finde es auch ein bisschen langweilig dabei zuzugucken. Ja, ich muss hier halt noch auf die Gewürze warten. Eine Stunde 47. Und auf den Stoff 46 Minuten. Also es dauert noch sehr lange. Das spare ich mir hier alles noch auf. Aber das könnten wir mal verkaufen. Ähm, nein. Das Maßband wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Das brauche ich nämlich noch. Aber die Mützen können wir verkaufen. Die muss ich ja nur herstellen und einsammeln. So, und jetzt habe ich keinen Platz mehr für den Farbeimer. Egal. Verkaufe ich dann später. Kann ich eigentlich noch ein Omega-Haus bauen? Nein. Bitte erst das Tutorial zu Cities of Tomorrow abschließen. Damit meinten die das. Na gut. Ich bezahle jetzt hier diese 5 SimCash. Einsammeln. Und? Achtung. Aufgrund von Instabilität des Omega-Materials ist die Verarbeitung... Das hat sie gerade erzählt. Aber egal. Na, guck mal. Das dauert nur 26 Sekunden. Also eben hatte ich ziemlich Pech. Omega-1. Kann ich damit auch was anderes herstellen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Omega-2, Omega-3, Omega-4. Omega-Material. Omega-Material zur Herstellung von Omega-Objekten verwenden. Ja. Ja. Ich will das hier vielleicht noch einsammeln. Dann habe ich das gleich zweimal. Dann öffnen wir das halt noch. Oh. Okay. Äh. Kann ich jetzt noch weiter bauen? Ja. Kann ich. Bauen noch die beiden kurz, wenn möglich. Ja. Hier. Die Raketen. Das ist ein Mixer oder eine Kaffeemaschine. Keine Ahnung. Und nochmal Raketen. Und das sollte ich vielleicht... Ich sollte damit vielleicht warten. Hier habe ich nämlich noch eine Aufgabe mit... Neosemolions einsammeln. 700 Stück. Kriege dafür 700 Punkte. Deshalb... Oh. Wasser und Abwasser sind jetzt zu wenig. Okay. Da müssen wir halt noch mehr bauen. Und wir haben kein Geld dafür. Okay. Äh. Ja. Jetzt haben wir eine Omega-Stadt, die nicht bewohnt wird. Egal. Also Leute. Das war's mit der Folge. Wir haben hier unsere kleine, naja, zugrunde gehende Omega-Stadt gebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.